Die Tourtrans AG mit Sitz im Thurgau hat sich auf landesweite Kühltransporte in der Schweiz spezialisiert. Schon seit Jahren verfügen die Trailer über die Telematik-Lösung eines Aufliegerherstellers, um damit vor allem die Temperaturen im Laderaum nachzuweisen. Im April 2020 wurden auch die rund 100 Zugmaschinen und Motorwagen mit Telematikeinheiten ausgerüstet. Hier entschied sich Tourtrans für die Lösung Roadlogs von Trendfire. Wir sind bis jetzt sehr zufrieden mit dem ganzen Verlauf, mit der Betreuung von Trendfire. Wir haben uns immer gut aufgehoben gefühlt und bis jetzt kann ich nur Positives berichten. Mit den neu installierten Telematikeinheiten von Trendfire hat Tourtrans den Live-Zugriff auf die Positions-, Tacho- und Kanbus-Daten der Zugmaschinen, wodurch das Disponieren und Verwalten der Fahrzeuge wesentlich effizienter wurde. Für den Disponenten bietet es einen großen Vorteil, dass die Fahrzeiten, Lenkzeiten und Arbeitszeiten live überwacht werden können, dass der Disponent das live sieht, ohne das vorher auslesen zu müssen oder irgendwie auswerten zu müssen. Deutlich spürbar sind die gewonnenen Vorteile in der Fahrzeugeinsatzplanung. Die neuen Disponenten sehen im Telematikportal nicht nur die exakten Positionsdaten der gesamten Flotte, sondern auch die verfügbaren Lenkzeiten. Die Nahverkehrstouren und Abholaufträge können jetzt per Knopfdruck aus dem Transportmanagement-System an die jeweiligen Fahrer gesendet werden. Einen weiteren Fokus setzte man auf den Verschleiß von Bremsen und Reifen sowie die Verbrauchswerte. Hier bietet Roadlogs eine ausgereifte und objektive Fahrerbewertung. Vorausschauendes Fahren sowie der Einsatz von Tempomat und Gretada bilden hier einen Schwerpunkt. Eine weitere Verbesserung betrifft die Trailer-Telematik zum Überwachen der Kühlkette. Jeder neu angeschaffte Auflieger soll mit der Telematiklösung von Trendfire ausgerüstet werden. Die speziell für Auflieger entwickelte Telematikeinheit Trendby Trailer wird am EBS-Modul des Trailers angeschlossen. Sämtliche Telematikdaten werden wie Mobilfunk an das Rechenzentrum von Trendfire übertragen und im Telematikportal zur Verfügung gestellt. Denselben Weg nehmen auch die Daten der bisherigen Telematiklösung des Trailer-Herstellers. Also der große Vorteil ist natürlich, dass wir mittlerweile nur noch einen Anbieter haben, der uns sämtliche Daten zur Verfügung stellt. Wir können die Temperaturdaten abgreifen, wir haben die ganzen Informationen vom Fahrer und vom Fahrzeug und alles zusammen über einen Anbieter zur Verfügung gestellt. Fazit Mit dem neuen Telematiksystem ist Tourtrans der Digitalisierung einen großen Schritt näher gekommen. Das Unternehmen profitiert von durchgängigen Prozessen im Auftragsmanagement, einer lückenlosen Überwachung der Temperatur- und Fahrzeugdaten sowie einer transparenten und objektiven Bewertung des Fahrverhaltens. Untertitelung des ZDF für funk, 2017